Musik 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 Witamy Państwa serdecznie, jesteśmy u Rafaela na bazie. Mamy dwie osoby, czternaście cywilizacji przybyło. Zapraszamy do laboratorium, Teresa, hasło nadzieja i Zdzisława, hasło wiosna. Zapraszamy pierwszą, to jest Teresa, Simone przekazuje wizerunek, T-E-R-E-S-A. Ukazała się na stole marburowym w laboratorium. Skan zjechał, wziął na miarę celu ciała. Ukazał się cały szkielet. I wszystkie stawy w całym ciele się zniknęły. Ukazały się z powrotem. Jetzt są cztery teile z Wirbelsäule. Cztery kręgi w kręgosłupie zniknęły. Ukazały się z powrotem. Jetzt sieht man halt die muskulatur. Teraz sa muskulatura się ukazała. Ok. Jetzt sind die oberschenkel muskulatury aufgeplente. Uda zniknęły. Gut, es führt sich wieder ein. Ukazały się z powrotem. Jetzt sind fünf muskeln im Rücken. Pięć muskulów na plecach zniknęło. Gut, es führt sich wieder ein. Ukazały się z powrotem. Jetzt ist der Blasen muskel. Muskel kierujący moczem zniknęły. Gut, es führt sich auch wieder ein. Ukazały się z powrotem. Jetzt sind zwei Gesichtsmuskel. Dwa muskuly twarzowe zniknęły. Gut, es führt sich wieder ein. Jetzt sieht man die Sehnen und Bänder. Jetzt sieht man die Sehnen und Bänder. Hände und Füße sind aufgeplente. W rękach i nogach zniknęły. Gut, es führt sich wieder ein. Ukazały się z powrotem. Gut. Jetzt sieht man die inneren Organe. Jetzt sind fünf teile vom Gehirn, wo aufgeplente sind. Pięć rozbłysków na mózgu. I te miejsca zniknęły. Gut, es führt sich wieder ein. Gut, es führt sich wieder ein. Ukazały się z powrotem. Jetzt jeweils ein teile vom Rechten und Linken Auge. A co w częściach? Obudwie gałki oczne zniknęły. Gut, es führt sich wieder ein. Ukazały się z powrotem. Jetzt ist das Zahnfleisch aufgeplente. Diosła zniknęły. Gut, es führt sich wieder ein. Jetzt ist ein Lymphknoten. Gut, es führt sich wieder ein. Jetzt ist ein Lymphknoten. Jetzt ist ein Lymphknoten. Das sind acht Teile. Gut, es führt sich wieder ein. Jetzt ist ein Lymphknoten. Jetzt ist ein Lymphknoten. Das sind acht Teile. Das sind acht Teile. Das sind acht Teile. Die Stichliothe. Przepraszam. To jemalsch game zagryzło. OK, es war jetzt gerade die Magenschleim heute war aufgeprasen. Sołądek znikną. Die fügen sich jetzt wieder ein. Ukazał się z powrotem. Jetzt sinds zwei Teile vom Darm. Dwie tueści jelit zniknęły. OK, das fügt sich auch wieder ein. Ukazał się z powrotem. Jetzt sieht man das Nervensystem. Das sind acht Teilen. Osiem rozbłysków. Te części zniknęły. Gut, es fügt sich auch wieder ein. Sieht man, das haut und gewidem. Das sind fünf Teilen. Cztery rozbłyski. Te części zniknęły. Gut, es fügt sich auch wieder ein. Das kann ist weggefahren. Sie sitzt da. Sie sitzt na stole marmurowym. Sie freut sich. Jetzt steht auf. Kommt auf ein Zug. Sie hat sich aus. Sie hat sich auf alle. Jetzt verabschiedet er sich. Sie hat sich in den Portalen. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Jetzt Zdzisława. Hasło Wiosna. Simone, ich zeige. Zdzis. Zdzis. Is. Is. L. A. L. A. W. A. W. A. Ok, gut. Sie liegt auf dem marmurtisch. Sie診. Sie in laboratoriume. Sie ist in dem marmurtisch. Sie ist inn commentary. Siehst du, ob sie sich auf der Wand auf. Sie sahen. Sie sind alle. Sie haben alle schiellen. Sieht die Lebewes. Sie은***. Sie sind der Knochen. Das fügt sich wieder ein, obdue Schränke zniknęły, sieht man halt die Muskulatur, die komplette nacken Rückenmuskulatur ist aufgeblieben. Ok, das fügt sich wieder ein, jetzt sind die Wadenmuskeln, wo aufgeblieben sind, ok, das fügt sich wieder ein, jetzt sieht man die Sehnen und Bänder, die Sehnen, Bänder in den Händen und in den Füßen sind aufgeblieben. Ok, das fügt sich wieder ein, jetzt sieht man die inlichen Organe, jetzt sind die vier Teile vom Gehirn, wo aufgeblieben sind, ok, das fügt sich wieder ein, jetzt ist das Zahnfleisch aufgeblieben, die Ziosła zniknęły, guter zieht man halt den herzkreis rafael wollte jetzt komplette herzkreislauf auf bäuner so całości z nich noch ein taifon des schildrösen Das fügt sich wieder ein, jetzt ist ein Teil von der Brunchen. Das fügt sich wieder ein, jetzt sieht man halt die komplette Marke mit der Speiseröhre. Das fügt sich wieder ein, jetzt sind es noch zwei Teile vom Darm. Das fügt sich wieder ein, jetzt sieht man das Nervensystem. Das sind neun Teile. Das sind sechs 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 Teile. Jetzt steht sie auf, bedankt sich bei allen. Jetzt verabschiedet sie sich und sie geht Richtung Portale. Das sind sechs Teile. Also die Fernseher. Das sind sechs Teile. Das ist sie. Das sind sechs Teile. Das sind sechs Teile. Das sind sechs Teile. Untertitelung des ZDF für funk, 2017